mit einem Schäfen der nicht wirklich und drin war ach du scheiße nicht schon wieder was geht weiter oder was ich nehme an elf Wochen und schicken ein Pettmacher Portions holen wo was passiert hier die Welt baut sich auf Aua Aua Alter Daniel es mir mal hallo abhundert Elf Portionsbrick also das hier bis schon wieder allein losgelaufen ohne die Mami wie losgelaufen ich dann die ganze Zeit neben mir da kam auch einmal die ganze Zeit nicht mehr stellt du bist hier schon wieder halber abverrecken ja mal gar nicht Boah einmal mit Profis bitte einmal noch mit Schäß und es geht schon wieder weiter und es kommen ab sofort machen wir einfach kein Schäß mehr auf die Tür mega leck und was fällt das was sehr fett ist das war die mir kennen immer in den besten Momenten gerne habe ich auch wirklich gebraucht jetzt also dieses Effekt gewinnt da hier total krank am schlimmsten ist eigentlich wenn er irgendwie gestunnt bist und dich nicht bewegen kannst und dann stirbst so das fette Ding hier ist auch platt Giant Health Portion Ice Ring irgendwie so wirklich tolle Sachen droppen wir irgendwie nicht ja totaler Mist deswegen habe ich mein Pad wieder verkaufen geschickt gehabt The End wird hat sie nicht gelaufen Alter was das ooooh passt mir aber so gar nicht hier Stirr Au 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 Schaden macht das Tier ich verstehe das bedeutet man muss laufen ah ja müssen wir gar nicht oder wenn er einen einmal trifft nehmen bisher aber ein schicht im schacht lichter zeiger an der kurve sich der zeiger das fünf vor zwölf mal freuen aber gehört das war nicht so lange nicht mehr den hinteren Versorgung gekriegt war das von Mami schon lange nie mehr den hinteren Versorgung gekriegt war so was gebraucht dass er es sehr groß erhältlich okay und jetzt ich traue mich nicht wegen meins geht es zu kommen in dem Level am und je zweiter dann kommt jetzt die Bode vor der weiteren wenn einmal ich habe schießt ohne Zufall und da geht schon wieder raus dort war der Zander oder hinten ist es schätzt ich müsste dann auch gleich mal wegen meinem Gier gucken wie ich ein Mann Bier wegen meinem Gier soll jetzt hier verstanden jetzt kann ich mal gucken wir jetzt mal hier hier meine Strahlen ach ne die sind erst Level 35 ich lass mal mein Pet wieder ein bisschen verkaufen hier meine Firebombs oder meine ne mein Standardangriff hier den mach ich mal ein bisschen höher und ich mach mal hier Magical Damage ein bisschen und Vitalität weil ich wurde ja angehauen Vitalität machen ach meine Güte ey Taschen sind voll Taschen, Taschen sind voll uh 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 tschüss Pet ja mein Pet ist eh sowieso nur noch am ist auch wieder alles Krempel den man irgendwie nicht braucht hin und her dingsen ist zwar mehr physikalischer Schutz so ne aber wobei man 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 crap 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 das ist alles so ne Sache man weiß nie wirklich ob man das wirklich jetzt gebrauchen kann oder nicht ja meistens ist aber ja der Fall dass man es nicht gebrauchen kann hat dann zwar irgendwie immer mehr Rüstung und so aber die ganzen Stats da drauf sind alle ziemlich miese schisse schisseldizzle wobei das sind die schlechten Dextery plus 10 Dextery ja mal das sieht schwul aus wo ist das ah hier Savage Soldiers Gun lustig ne Gun kann es immer mir geben nix da gerne Samuels Braces ach man ich weiß nicht physikalischer Schaden mit dem Herd also du willst jetzt die Gun haben sagst du wenn man diese extra wünsche na kann ich die denn da trade kann ich die dafür kriegst du von mir ein paar Klunker jetzt hab ich die angelegt boah nein hau ab mit deinen Klunkern obwohl doch da Weapon Fire Damage Fire Damage Fire Damage die Eis Damage nimm mal raus die will ich nicht danke 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 bitte 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 danke so gehen wir durchs Portal wa ich hab auch sowieso warte mal ich hab sowieso noch hier ein Problem der Welt Spursen Amor und Polen Amor ist Amor nur hier gibt es mal nach zacklos 18 mal mehr so und ich werde so weit also von mir aus kommen auch denn los es ist die nächste Scheißerinnen M-M-Limondes Arena Your pet has returned M-M-Limondes Arena Ja, mein pet hat im Moment noch gar nichts returned Weil ich hab's erstens nicht weggeschickt Und zweitens bin ich mit nem Ladebild Schrägstrich Standbild wegen Ladebild So, wir sind wieder beim Genie Nö Ich bin immer noch im Ladebildschirm Jetzt bin ich Hallo Beim Genie I, du hast den ekelhaften Helm angezogen Hä? Du hast diesen ekelhaften Helm angezogen Was für ein Helm? Ja, diesen ekelhaften, den du an hast Der sieht doch geil aus Was soll man denn machen? Well, well, well Man sieht ja mal in der Käppe Mann, das war so schön auf Deutsch alles Okay, wir wollen jetzt den Guardian befreien Okay Meine Güte, oh, ich ahne fürchterliches, ey Oh nein, scheiße Ich glaub ich geh gerade ins Falsche Ja Korrekt Oh, scheiße Wie komm ich denn jetzt zu dir? Wieder durchs Portal Oh nein Hoffentlich muss ich nicht hier alles jetzt Die ganzen Gegner noch machen Oh, scheiße Oh, ich bin ganz allein hier Kann ich nicht zu dir porten? Ich könnte hier ein Waypoint setzen Doch, warte mal Ich könnte doch ein Waypoint Portal aufstellen Oder irre ich mich da? Aber ich hab bis jetzt keine Gegner Gott sei Dank Ich hab dir hier ein Waypoint Portal aufgestellt Ob das was bringt, sehen wir dann Wo sind denn jetzt die Blöden da? Waypoint Portal Aber Oh oh Teleport to your alleys or their portals Ja, du kannst zu meinem Portal porten Nein, nein Verdammter Mist Ich kann hier nicht Ich bin alleine Ich bin, nein Wie jetzt? Setz ein Portal Dann kannst du dich zu mir porten Ne, ich geh mal zur Town Scheiße, bin ich zum falschen, ey Ich weiß nicht, ob ich zu dir porten kann Wenn ich Doch, kannst du Wenn du ein Waypoint Portal setzt Dann kannst du reinlaufen Und kannst dich zu einem Freund teleportieren Teleport to your allies Genau Hallo? No active? Was? Ah, ich glaube so ging das Ich glaube so ging das Das Problem war Ich konnte da kein Kein Portal aufstellen Wo ich war Oh man Mike Weil da kam nämlich auch Dezent irgendein Gegner Auf einmal Und dann Ey, du Fail Bob, ey War ich ein wenig tot Aber ich bin auch doof Jetzt war ich in der Stadt Jetzt hätte ich in Ruhe eigentlich mal Keine Ahnung So, das Portal hier Ja, das ist das Richtige Ich habe mich nur Das falsche Portal, Alter Ich wollte eigentlich da runterlaufen Und gucken Ja, ja Da kommen bestimmt überall noch mehr Portale Und dann, ne Ja, 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 ist klar Okay, dann mache ich mal wieder Weil, muss ja Oh Ne, falscher Buchstabe Den brauche ich So So, weil du so ein Fail Bob bist Oh, hallo Freunde Guten Tag Oh, ich habe da was für euch 33 Boah, was ist das denn, Dinge? Ich habe mal eben die Tentakel vergiftet da Ich merks So wie letztens Die verwirrten Steine Das war auch geil Ach, schon tot Schon ist gut Gibt es hier was Schönes? Irgendwie nicht so Hallo Oh, Gold Ach, noch mehr von denen Die ziehen ganz schön Schaden, ne? Mhm Die machen auch, wirklich, ey Die machen ganz schön Aua machen die Alter, was ist das hier hinten für eine Scheiße? Noch mehr davon Boah, da sind noch mehr Alles einmal vergiften hier Kommst du einmal in die Nähe, ey Dann hast du Dreck verschießen Was ist das für ein Ding? Ich weiß es nicht Okay, darauf zulaufen war keine gute Idee Hilfe Man kann es aber auch nicht kaputt machen, irgendwie Ja, aber irgendwie wird ja auch nicht angezeigt, was das für ein Vieh ist Nee, das ist, glaube ich, einfach nur da Und man sollte nicht in die Nähe kommen Es ist einfach nur da Einfach nur da, genau Wo müssen wir denn... Oh, hallo Oh, hallo Heilige Scheiße Oh, 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 oh Oh, oh, oh Critical, Critical, Critical Ah Ist das schon wieder so ein Champignon? Jo, Tatsache Ja, wo ist ein Champignon? Ein Champignon Nightrider Zwei sogar Das ist Nightrider und Freund Was, Nightrider? Ja Und Ritz Ritz-Stor Der hieß jetzt nicht wirklich Nightrider, oder? Doch Und der andere hieß ein Ritz-Stor Ritz-Stor Okay Nightrider Und Ritz-Stor Living together in harmony Let me pray For freedom Oh, Mann, ey DJ Bobo, ey So, warte mal, ich muss jetzt mal hier... Oh, 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 oh Warte, ich muss jetzt mal hier kurz gehen in der Zeit Das ist ein bisschen spät, weil da kommen gar keine Gegner Oder wir gehen, geht aber Geht aber, weil war kein Champignon Äch Weil eben das hier wieder dieses Geld So, jetzt Let me pray for freedom Hi God DJ Bobo, ey, das waren Zeiten Der ist auch schon lang Äh, so ein bisschen abgetaucht ich bin so alt ich habe sogar die ersten Lieder von dem aber ich schon in den Charts miterlebt ich weiß gar nicht was war eigentlich das erste Lied von dem? Boah das erste Lied ey keine Ahnung ich weiß nur dass das meine Eltern immer gern gehört haben ne oder? das ist kein Witz die waren auf Konzerten von dem auf Konzert wer geht denn freiwillig auf ein DJ Bobo Konzert? das weiß ich nicht jungen mich doch nicht weißt du dass ich mir das Gesülze immer hab anhören dürfen Aua boah was kam da ohne gott sei dank habe ich mir helft burschens bestellt ey so langsam wird es hier illegal illegal so Sia nimmt meinen einfachen eisernen Strahl fress mein nimmt meinen EIDS Såden eintrag tschuldigung ein besseres fiel mir grad nicht ein effekt Gewitter da nimmt aber auch kein Ende hier mit den Viechern ey irgendwie nicht und zur Ruhe kommen ist auch nicht drin wenn ich so erhaupt daran diese komischen Dinger verfolgen uns und versperren uns den Weg wo müssen wir jetzt lang ach da haben sie mal lang sind ganz falsch gelaufen Alter geh mal weg du blödes Ding hier guten Tag hier nimm das aber ist geil mit deinem Rückstoß da ja das die Gegner halt zurückstoßen wäre nicht cool ja das ist eine geile Sache eigentlich und dann sind die auch noch vergiftet zieht halt richtig live boah ich bin fast down ey das geht jetzt ja das ist wenn du einmal zu nah an so ein irgendwann ein Ding kommst was so schaden macht ey so ein Tentakel so ein Tentakel ein Tentakel 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 schreit ficken haha genau Apropos jetzt hab ich voll Hunger auf Hühnchen oah hab schon lange nicht mehr gegessen ich war schon lange nicht mehr bei KFC mal ein paar Hot Wings laufen wir überhaupt richtig ich glaube ja ja also immer wenn neue Monster kommen denke ich mal ja warum hab ich jetzt da nicht Feuer hingelegt oh ich muss mal meine Health Portions muss ich mal ändern ich hab immer noch die Giant Health Portions aber so lange haben hab ich glaube ich so viele von diesen äh nicht die die Giant sondern die Big mittlerweile habe ich glaube ich so viele von diesen Giant Health Portions ja ist bei mir auch nicht anders ich hab 81 Giant